Herzlich Willkommen zur Big Shift Live Show und herzlich Willkommen zu der Kraft des Loslassens. Ich habe euch heute eine Technik mitgebracht, eine Coaching-Technik, mit der ich mal mit euch gemeinsam experimentieren möchte. Bin mal ganz gespannt, was dabei rauskommt, wenn man mal Loslassen aktiv betreibt für eine Situation, wo man vielleicht jetzt gerade im Leben nicht so richtig weiterkommt. Und das Ganze hat ein bisschen auch was damit zu tun, mit meinem Online-Workshop Die Kunst zu verzeihen, der, Achtung, schamlose Eigenwerbung, jetzt am Samstag, also sprich morgen stattfindet und danach wird er auch als Selbstlernkurs zur Verfügung gestellt werden. Und in diesem Kurs spielt das Thema Loslassen eine ganz wichtige Rolle und ich will das mal kurz erklären, was damit genau gemeint ist. Also beim Verzeihen ist es unglaublich wichtig, dass man zunächst mal anfängt, so eine Art, wie soll man sagen, Liste zu erstellen, was man nicht verzeihen kann. Da schreibt man wirklich alles auf, hier, damals hat irgendwie EGYP9Z das und das gemacht und das und das war irgendwie scheiße und es hat mir weh getan und seitdem ich stinksauer und so weiter und so weiter. Dann verbindet man sich mit einer Quelle, wie ich das nenne, die dir hier bei dem ganzen Prozess beiseite stehen kann. Und dann geht es darum, dass du als allererstes verstehst, was da damals abgelaufen ist. Das heißt, dass du auf einer Verstandesebene erstmal dir erarbeitest, ja, was ist da schiefgelaufen, was kannst du da besser machen und wozu hat dir auch, sag ich mal, die Erfahrung an Positiven verholfen. Ja, was ist sozusagen das Geschenk oder der Gewinn in dieser ganzen Geschichte. Danach geht es dahin, dass du verzeihst und das ist dann eher ein emotionaler oder auch energetischer Prozess, wo es dann eher darum geht, dass du all das, was jetzt, sage ich mal, so an Verstrickung auch mit jemandem da ist, dass du das richtig loslässt und vor allen Dingen auch mit deinen Widerständen arbeitest. Das ist oft das Problem, dass Menschen nicht richtig verzeihen können, weil sie noch irgendwie emotional total aufgebracht sind oder sie das Gefühl haben, naja, wenn ich das jetzt verzeihe, ja, das ist so eine Art Freifahrtschein oder da bringe ich mich vielleicht auch um das süße Gefühl der Rache, ja, irgendwie habe ich einen Verlust erlitten, den möchte ich gerne ausgeglichen haben und so weiter und so weiter. Und das ist das, was man da in diesem Schritt verzeihen macht, dass man all das Ganze loslässt. Danach ist man vielleicht in der Lage, sich mit jemand anders zu versöhnen, vielleicht aber auch nicht, aber in jedem Fall kann man jetzt anfangen von einer tieferen Quelle, einer weisen Quelle, auch Inspiration zu empfangen, wie man die Situation in Anführungsstrichen heilen kann. Heilen heißt jetzt hier in dem Fall, dass man etwas ganz werden lässt, heile werden lässt, ja, dass man vielleicht lernt, in der Situation in Zukunft anders mit den Leuten umzugehen, vielleicht auch bestimmte Situationen zu vermeiden oder aber auch einfach zu erkennen, naja, ich habe auch einen Beitrag dazu geleistet und den kann ich ja jetzt mal ändern. Und sobald man das gemacht hat, übergibt man die gesamte Situation der eigenen inneren Führung und lässt das einfach sozusagen los und lässt dann auch geschehen, was geschehen möchte in der Situation. Und das führt dann oft, nicht immer, aber oft dazu, dass sich irgendwie, ja, die Situation von alleine irgendwie zum Besseren wendet, ja, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Wochen oder Monate später die Person nochmal wieder trifft und dann hat sie vieles gelegt, die Konflikte sind beseitigt, etc., etc. Und das ist so, sage ich mal, jetzt im Groben und Ganzen der Prozess, um den es in dem Workshop geht und der Prozess ist wirklich geeignet auch, sage ich mal, ja, so ein bisschen dickere Kaliber schon aufzulösen, also wo man wirklich auch merkt, okay, da habe ich aus der Vergangenheit sowas mitgebracht und mit dem laufe ich schon seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten rum, das würde ich gerne mal lösen. So, und das Problem ist, ja, wenn man also mit diesem Prozess arbeitet, dass viele Leute ein Problem haben mit dem Loslassen, ja, also die Ärgerenergie loszulassen, all die ganzen Verstrickungen loszulassen, das fällt Leuten echt schwer und das sieht man hier, es gibt nämlich in diesem Prozess zwei Stellen, an denen man dieses Loslassen praktizieren darf. Das ist einmal hier beim Verzeihen und dann später nochmal beim, wenn man das sozusagen jetzt an eine innere Führung abgibt, wo man sagt, so, ich lasse das jetzt alles so gehen, ja, ich habe dem anderen verziehen, ich bin auch bereit für eine Versöhnung und jetzt lasse ich das alles mal los irgendwie und lasse mal so geschehen, was so geschehen möchte. Und das ist etwas, das habe ich immer wieder gemerkt in den Prozessen, das fällt den Leuten schwer. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, mich noch ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich loslassen, oft wird das ja auch gesagt, ja, man soll ja loslassen, ja, dann laufen die Dinge viel besser, als wenn man so verbissen hinterherrennt. Und habe dann auch so gemerkt, dass das ein Thema ist, dass wir vielleicht nicht nur jetzt hier beim Verzeihen haben, sondern in vielen anderen Lebensbereichen kann das auch auftauchen. Ja, es kann uns zum Beispiel schwerfallen bei allem, was so das Emotionale angeht, ja, dass wir, ob es jetzt Ärger ist, Frust, Schuldgefühle, Schamgefühle und das weiß ich nicht alles, dass uns das schwerfällt loszulassen. Aber es können zum Beispiel auch Situationen sein, wie beispielsweise, dass du immer rechthaberisch bist, ja, du weißt, ja, der andere könnte vielleicht auch recht haben, aber nein, es fällt dir unglaublich schwer, ja, da mal auf deine Meinung oder deine Überzeugung zu verzichten. Oder in der Liebe kann das genauso passieren, wenn man zum Beispiel so an toxische Beziehungen denkt, ja, dass man weiß, ein Partner oder Partnerin tut einem nicht gut und doch hält man partout fest, kann irgendwie nicht loslassen. Oder man ist in einer Jobsituation drin und fühlt sich eigentlich da total miserabel bei und würde am liebsten auch was verändern, aber man tut es nicht. Und ich habe dann irgendwie, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, dann mal gedacht, okay, wie kommt das eigentlich, dass wir festhalten, da habe ich einfach mal meine eigene innere Stimme gefragt, ja, warum machen wir das eigentlich, wieso ist das so ein Problem für uns, das einfach loszulassen. Und die hat mir dann gesagt, naja, das Problem ist, wir versuchen unglaublich viel im Laufe des Tages irgendwie mit unserem Verstand zu lösen. Und ab und an ist es halt so, dass der Verstand uns an eine Lösung oder an einen Lösungsweg hineinführt, der direkt in eine Sackgasse mündet. Und jetzt kommt das entscheidende Problem, hat meine innere Stimme gesagt, weil der Verstand keine Handlungsalternative sieht, hält er an dem Gegebenen fest. Das ist also sozusagen der Prozess, der da abläuft, wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Loslassen. So, dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Kiste, können wir das irgendwie ändern. Und genau das möchte ich jetzt gerne mit euch live machen. Ich habe dafür einen Prozess mitgebracht, mit dem ich jetzt gerne mit euch experimentieren möchte. Ja, das möchte ich gleich im Vorfeld sagen. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen austauschen, wir werden jetzt einfach mal ausprobieren. Wir lassen uns darauf locker ein, ja, wir machen das jetzt nicht so, dass wir jetzt ganz verkrampft auf Teufel komm raus irgendeine großartige Veränderung erzielen müssen. Ja, wir lassen mal all diese ganzen Zwänge los und sagen einfach, okay, komm, lass uns mal ausprobieren, mal gucken, was so passiert, ja, und auch ein bisschen über Erfahrung austauschen und vielleicht auch gegenseitig dabei ein bisschen inspirieren. Ja, habt ihr da Lust zu? Geben wir bitte mal hier im Chat euer Bescheid, euer Okay, ob ihr hier mitzieht. Und dann können wir das hier nämlich gemeinsam irgendwie durchziehen. Und ihr dürft euch gerne ein Thema aussuchen, wo ihr ja momentan so ein bisschen Probleme habt, dass ihr da festgefahren seid, irgendwie in irgendeiner Form. Ja, und wie gesagt, wir experimentieren jetzt einfach ein bisschen. Wir probieren mal ein bisschen aus und gucken mal, ob wir damit was Schönes irgendwie machen können. Als allererstes möchte ich euch mal bitten, ein Thema auszuwählen, wo ihr das Gefühl habt, ja, da habe ich mich ein bisschen verbissen. Da fällt es mir echt schwer loszulassen. Komme ich irgendwie nicht weiter. Und schreibt mal ruhig in den Chat rein, was das für ein Thema ist. Müsst ihr euch jetzt nicht eure Lebensgeschichte aufschreiben, aber vielleicht einfach so ein Stichwort oder zwei, drei, was so Themen sein könnten, an denen ihr gerne arbeiten möchtet. Ah, Silvia hat eine toxische Beziehung am Laufen, okay. Ah, Susanne, ich bekomme mein Erbe nicht. Oh, oh, Partner triggert traumatische Erlebnisse, hat sich gestern getrennt. Oh, das ist bitter. Das ist bestimmt noch Liebeskummer. Katja sagt, Selbstvorwürfe loslassen, okay. Elke sagt, Schuld- und Schamgefühle. Therese sagt, schwieriges Verhältnis zu Arbeitskollegen. Dann haben wir jemanden, der sagt, Freundschaft, die ungut auseinandergegangen ist. Gudrun sagt, es fällt mir schwer, meinen Traummann loszulassen. Dann hat jemand, meine Schwester hasst mich. Melanie sagt, tiefe Verletzung durch eine Freundin. Okay, ihr habt ja die richtig heftigen Kaliber aufgefahren. Na gut, wollen wir mal gucken, ob wir da einen Schritt weiter mitkommen. Anita sagt, Gefühl, meine Bestimmung nicht leben zu können. Johannes sagt, eine Projekte muss ich einfach aufgeben, auch wenn sie noch nicht fertig sind. Zu starke Verletzung nach Trauma. Okay, also ihr habt da natürlich jetzt hier richtig heftige Dinge aufgefahren, Trauma etc. Das gehört ja eigentlich normalerweise, muss ich mal dazu sagen, eigentlich nicht in die Show hinein. Trauma-Arbeit ist eine sehr intensive seelische Arbeit, die man am besten mit einem erfahrenen und ausgebildeten Coach macht. Und es ist eigentlich nie sowas zum Experimentieren jetzt hier in der Show. Also wenn ihr da jetzt was macht, dann macht ihr das bitte auf eigene Gefahr. Und lieber wäre es mir vielleicht, dass ihr euch ein einfacheres Thema auswählt. Ich kann euch nicht auffangen. Ich will gleich sagen, ich habe hier keine Kapazitäten frei, euch da jetzt in irgendeiner Form aus irgendwelchen Kalamitäten zu retten. Also wirklich auf eigene Gefahr. Und wie gesagt, es ist auch ein Experiment. Wir probieren einfach mal aus. Lasst uns einfach mal ein bisschen mit den Sachen spielen. Und guckt einfach mal, wie, ob sich hier was für euch einfach zum Besseren tut, wenn ihr diesen Prozess anwendet. Okay. So, eine weitere wichtige Vorbereitung, die wir treffen müssen, ist, wie wir loslassen. Und zwar möchte ich euch dazu etwas vorstellen, mit dem ich immer wieder sehr gerne arbeite. Und das ist der sogenannte Ma-Blick. Der Blick in die Leere, nenne ich das auch. Und dieser Ma-Blick, der ist so anzuwenden, dass du, bitte probiere jetzt mal aus, dass du einfach mal guckst, was so vor dir ist. Das wird wahrscheinlich ein Monitor sein. Vielleicht guckst du ein bisschen weiter noch dahinter. Da wird irgendwie, vermute ich mal, eine Wand oder ein Fenster sein. Oder wenn du draußen bist, keine Ahnung, ja, ist vielleicht irgendwie ein Baum oder ein Haus oder irgendwas. Also schau einfach auf etwas, was ein bisschen weiter weg von dir ist. Und dann richte deinen Blick bitte auf den Zwischenraum zwischen dir und der Wand oder dem Fenster oder Haus oder was auch immer da ist. Und während du das machst, achte mal da drauf, ja, dass du dir nur auf diesen Zwischenraum, auf diese Leere richtest. Achte mal da drauf, wie sich dadurch dein innerer Zustand verändert. Und schreib mir mal so in den Chat hinein, was ihr dabei erlebt, wenn ihr das macht. Und das ist jetzt noch die Vorbereitung, das ist noch nicht der Prozess, das ist nur Übung. Und ich möchte gerne, dass ihr es auch hinbekommt. So, hier Biggie schreibt zum Beispiel, die hätte auch, glaube ich, gerade über Traumata gesprochen. Und sie schreibt als erstes, keine Sorge, ich kann mich containen. Ja, ja, da wirklich schon, da ist jemand in der Traumatherapie gewesen. Biggie schreibt Gefühl von Weite, jemand schreibt Entspannung. Petra sagt, ich werde Lehrer. Sabine sagt, Anspannung lässt etwas nach. Sylvia sagt, ich bin noch sehr angespannt, weil meine Gedanken beim Problem hängen. Ja, probiere mal einfach das aus, einfach nur auf diese Leere zu schauen, Sylvia. Und auch alle anderen bitte einfach ausprobieren. So, Sabine sagt, es ist dunkel draußen, habe die Übung nicht genau verstanden. Okay, kein Problem, dafür bin ich jetzt da. Also, ich möchte gerne, dass du dich auf irgendetwas fixierst, Sabine, was irgendwie vor dir ist. Das könnte zum Beispiel ein Monitor sein, das kann ein Gegenstand sein. Ja, und wenn wir uns auf so einen Gegenstand konzentrieren, dann ist der Blick so direkt auf diesen einen Punkt gerichtet. Und ich möchte jetzt aber, dass du deinen Blick weit machst, indem du auf den Raum die Leere zwischen dir und diesem Gegenstand achtest. Ja, das ist eine andere Art hinzugucken, sozusagen. Du guckst jetzt nicht auf einen festen Gegenstand, sondern du guckst sozusagen auf den gesamten Raum. Ja, auf die Distanz. Und schreibt hier, Sabine, Anspannung fällt, lässt etwas nach. Götter hat innere Wärme. Elke, ich komme zu mir. Anita sagt, Gedankenlehre. Claudia, Erleichterung. Therese sagt, Gewinnerabstand. Und hier schreibt jemand, Leere, ich sehe meinen größten Traum. Ja, es geht aber nicht darum, jetzt an was zu denken, sondern nur auf sozusagen auf was zu gucken. Und hier schreibt hier, zuerst ist da der Monitor, dann die Wand. Dann nimmst du einfach den Zwischenraum zwischen dir und dem Monitor oder dir und der Wand. Kannst du eigentlich frei auswählen. So, Melanie sagt, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Traumszustand. Ja, es ist ein leicht veränderter, wenn man so möchte, Bewusstseinszustand, der dazu führt, dass du, also die meisten Leute dabei einfach ruhiger und entspannter werden. Das schreiben wir hier auch. Eine gewisse Entspannung. Abwesend, anwesend, schreibt Johannes. Petra sagt, neuer Blickwinkel. Okay. So, wie gesagt, das ist die Vorbereitung. Diesen Malblick brauchen wir gleich, wenn wir in den Prozess reingehen. So, dann fangen wir mal an, dass wir jetzt als erstes klar kriegen, wohin hältst du fest? Und ihr habt jetzt gerade schon so Themen genannt. Da war zum Beispiel irgendwie der Ex, der Schluss gemacht hatte, finanzieller Verlust, bestimmte Projekte, die man ungern aufgibt und so weiter und so fort. Ja, und entscheide dich jetzt so für ein Thema, wo du sagst, oh, ne? Dann hältst du fest und willst du gar nicht so richtig gut loslassen. So, Gerhard sagt, Job, Situation, etc. Okay. So, jetzt möchte ich gerne als nächstes, dass ihr mal eine Positionsbestimmung macht, wo nimmst du das genau wahr? Das Problem. Ja, das, an dem du festhältst. Ist das vor dir, hinter dir, links, rechts, oben, unten? Wo würdest du so instinktiv, intuitiv sagen, da ist das? Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Katja sagt es, in mir. Okay. Katja, aber denkst du an was Bestimmtes? Und auch Bertha sagt im Bauch. Okay. Und das, woran du denkst, Katja, kannst du kurz mal schreiben, was das ist? Weil es gibt hier einen Unterschied zwischen dem Gedanken und dem Gefühl, das wir dabei haben. Ich habe gesagt, ah, ich habe Schuldgefühle. Okay, dann passt das genau. Also du nimmst sozusagen die innerlichen Schuldgefühle wahr. Gerhard sagt, ich habe es im Kopf. Okay. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an eine bestimmte Person denke, die ich gerne loslassen möchte, ja, dann würde ich die Person vor mir sehen. Ja, wahrscheinlich so auf ein Meter Distanz. Ja, und hätte vielleicht dabei auch ein blödes Gefühl, so im Inneren, aber die Person selbst sehe ich draußen. Und da achtet bitte drauf, dass ihr jetzt euch auf das Problem konzentriert, das ihr habt. Wenn jemand sagt, ich habe ein bestimmtes Gefühl, dann ist das okay, das ist natürlich innen drin. So, dann schreibt hier jemand Gedanken mit blödem Gefühl an diese Freundschaften, also plural, die sind im Kopf. Ja, nimm mal jetzt bitte zur Vereinfachung der Übung erstmal eine Freundschaft, die dich genervt hat. Und Dedika schreibt hier, Liebe und Trauer, das ist das Gefühl, aber der Mensch oder die Situation, die das auslöst, wo nimmst du das wahr? Weil wir müssen mit dem Auslöser arbeiten. Und wie sieht das bei den anderen aus? Habt ihr ja so das Thema gefunden und wo würdet ihr sagen, ist das? Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten? Schreibt das mal ruhig in den Chat hinein. Lasst uns das mal gemeinsam teilen. So, Claudia sagt hinten am Hals, okay. Okay, es scheint so zu sein, dass viele von euch Emotionen loslassen wollen. Ist das richtig? Na gut, und du hattest, glaube ich, geschrieben, dass du, glaube ich, an einen Mann gedacht hast. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müsstest du auf diese Wahrnehmung gehen von diesem Mann. So, und dann schreibt hier Gerhard, die Wahrnehmung ist für mich nicht lokalisierbar. Gerhard, magst du mir mal ganz kurz sagen, an was du da genau denkst? Petra sagt, es ist das Gefühl im Hals und sie denkt an einen Menschen. Und wo nimmst du diesen Menschen da, an den du denkst? Das ist so der entscheidende Punkt. Gerhard sagt, an Menschen, die mich nerven. Und nimm mal eine Person, die dich nervt. Nicht zu viele, sonst geht das durcheinander. Dann sagt Petra zum Beispiel, jetzt sehe ich den vor mir. Wenn du dieser Klientel im Rücken gehst, eine Arbeitskollegin. Okay, wo würdest du sagen, wenn du jetzt an diese Person denkst, an die Arbeitskollegin, wo ist die? Du rein gefühlt sich, wo nimmst du die wahr? Links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Und spontan. Wo könntest du sie wahrnehmen? Oft ist das so, dass wir diese Gedanken gar nicht so bewusst wahrnehmen. Aber wir machen das oft, dass wir eben tatsächlich diese Leute irgendwo im Raum positionieren. Er gesagt, mir geht es darum, dass ich schwer etwas annehmen kann. Falsche Bescheidenheit könnte man sagen. Verzicht, Askese, wie auch immer. Ich stelle sie mir als Person rechts vor mir vor. Würde ich nicht machen. Also wenn du diese Askese, diese Bescheidenheit in dir wahrnimmst, dann lass sie auch dort. Ja, dann arbeiten wir mit diesem, genau mit diesem Gefühl. Wie gesagt, wir probieren ja aus. Wir experimentieren einfach. Gerhard sagt, diese Person nehme ich im Kopf wahr. Okay, dann lassen wir das. Dann ist sie da halt im Kopf drin. Und Gudrun, die eben gerade noch eher auf der emotionalen Ebene unterwegs war, sagt, ja, ist ja das jetzt gerade vor mir, diesen Mann einen Meter entfernt. Meier sagt, ja, sie sind so wie am Hinterkopf. Und wie gesagt, Schuldgefühle wegen meines Verhaltens, Traurigkeit. Okay. Gut. Dann lass uns mal das nächste machen. Und zwar brauchst du jetzt als nächstes eine Art Schnappschuss. Sicher dir mal eine Kopie, ja, dass du diesen Ort dir merkst, mit den Gedanken und den Gefühlen. Tu so, als würdest du sozusagen so eine Sicherungskopie davon anlegen. Snapshot sagt man dazu auch im Englischen. Dass man so quasi so einen Zwischenstand mal fotografiert. Und sagst, okay, alles klar. Ja, ich kann mich daran erinnern, da und da ist das gewesen. Ja, da und da nehme ich das wahr. Ja, weil du es gleich brauchst, weil wir es nämlich gleich loslassen werden. Und schreib mir mal kurz mal ein Ja rein, wenn ihr das soweit gemacht habt, dass ihr sagt, alles klar, ich habe das. Und Susanne wird immer müder. Ich hoffe, dass es jetzt nicht daran liegt, dass ich hier irgendwie langweilig rüberkomme oder dass sie die Übung nicht interessiert. Es könnte aber auch sein, dass du gerade vielleicht in Widerstand gehst oder aber auch, dass du einfach das nur sehr genießt. Dass diese Gedanken da jetzt weggehen dürfen. Und jetzt geht es um Folgendes. Ich werde dich jetzt gleich bitten, als nächstes, was immer du da auch denkst was du da fühlst, für kurze Zeit loszulassen. Und dieses Loslassen, das kannst du dir, wenn du möchtest, auch körperlich vorstellen. Ja, und zwar stell dir vor, du hast einen Stift in der Hand und du hältst diesen Stift total fest und dann stell dir weiter vor, dass du diesen Stift loslässt. Ja, du lässt ihn einfach los und spür mal in dich hinein, wie das ist, wenn du das einfach loslässt. Ja, also die Hand öffnet sich und entspannt sich, der Stift fällt runter. Ja, und du kannst es richtig spüren, ja, wie du das so loslässt. Ja, du kannst dir auch vorstellen, dass wenn du zum Beispiel ein Bild von jemandem siehst, dass das immer blasser wird, weil diese Person immer weiter in den Hintergrund geht. Das ist auch eine Form des Loslassens. Ja, oder wenn Geräusche dabei sind, dass du merkst, dass die Geräusche sich entfernen und immer weiter weggehen. So, und du weißt, du hast diesen Schnappschuss, das heißt, du kannst das Problem immer wieder herstellen, aber jetzt gestatte dir einfach mal, dass du das loslässt. Ja, für einen kurzen Augenblick darfst du dir auch gleich wiederholen, das ist überhaupt kein Thema, aber lass es einfach mal los. Und Katja schreibt ja, einen Moment tut es noch weh, aber dann wird es leichter. Und wie gesagt, du darfst es dir auch gleich wieder zurückholen, wenn du es gerne möchtest. Und du lässt es jetzt einfach mal für einen kurzen Augenblick einfach gehen, von dir weichen, loslassen. Und dann gehst du in den Mar-Blick, ja, in diesen Blick der Leere. Und gestattest dir für einen kurzen Augenblick, dass etwas Neues erscheinen darf. Das kann vielleicht ein Gefühl sein. Jetzt merkst du, dass sich das Gefühl im Körper ändert. Manche Leute kriegen dann auch Ideen oder Gedanken. Aber das muss nicht sein. Es kann einfach nur sein, dass du merkst, entspannter wirst und dich besser fühlst. Während du auf diesen Mar-Blick einfach gehst und dich dafür öffnest, dass jetzt etwas Neues kommen darf. So, jetzt kommen die ersten Sachen rein. Heike sagt, fühlt sich leer an. Petra, fühlt sich befreiend an. Klarer Weg vor mir erscheint bei Anita. Petra, ich bin offen für Neues. Petra sagt, es waren nur Sekundenbruchteile. Ist total in Ordnung. Macht euch bitte keinen Stress damit, sondern lass es auch wiederkommen und lass es gerne nochmal loslassen und dann im Mar-Blick dich einfach auf das einlassen, was da kommt. Manchmal ist es wirklich nur so eine Art Stimmung, vielleicht ein angenehmes Gefühl, das Gefühl von der Entspannung. Na gut, man sagt, ich werde ruhiger. Gerhard sagt, bei mir passiert leider nichts. Hast du denn diese Person jetzt auch aus dem Kopf entlassen? Sylvia sagt, der Gedanke, du gehst in eine gute Zukunft, kommt mir in den Sinn. Gerhard sagt, ja, ich habe das gemacht. Also, wenn du diese Person richtig im Kopf wahrgenommen hast und ich war da ja so ein bisschen gerade am Zweifeln, Gerhard, dass die tatsächlich in deinem Kopf ist. Normalerweise ist das so, wenn wir an andere Leute denken, ist es eher so, dass wir sie außen wahrnehmen. Da würde ich dich nochmal bitten, hinzuschauen, ob das wirklich die Position im Kopf richtig war. Und selbst wenn sie jetzt im Kopf gewesen sein sollte, was total okay ist, dann müsste sich eigentlich emotional schon was ändern, wenn du die zum Beispiel mal zehn Meter nach hinten schießt, für einen kurzen Augenblick. Probier das mal aus. So, Elke hat dir ein Lächeln um die Augen. Und Sabine sagt, fällt komplett weg, im Bewusstsein, dass ich es mir wiederholen kann, wenn ich will. Das ist eine echt gute Idee. Ja, und das ist auch wichtig. Ja, wir wollen ja unseren Verstand nicht zwingen, jetzt irgendwie was zu machen. Sondern er soll es ja nur mal kurz loslassen, für was Neues öffnen, und er darf jederzeit das Problem wieder ranholen. Ja, das hast du jedes Recht, dich beschissen zu fühlen, wenn du es möchtest. Biggie fühlt Entspannung. Claudia, größere Klarheit. Melanie sagt, es öffnet sich im Moment nur ein großer Weiterraum. Das ist perfekt. Ja, es muss jetzt hier nicht irgendwie die große Erleuchtung kommen, oder der große emotionale Durchbruch. Es reicht, dass Raum da ist, oder dass man sagt, ich fühle irgendwie mich leichter, offener. Sabine hat einen Anflug von Begeisterung. Heike schreibt hier, Leere, und es bricht sich von unten aus der Erde etwas auf, wie wenn ein neuer Keimling sich seinen Weg bahnt. Johannes sagt, es ist wie auf dem Gipfel eines Berg, auf Berge stehen, alles liegt mir zu Füßen. Nita sagt, der Weg geht der aufgehenden Sonne entgegen, wunderbar. Johannes sagt, ich spüre viel Platz. Und die schreibt, bei mir passiert auch nicht viel eher willenlos leer. Das ist gut. Nimm das an, weil das, was jetzt da kommt, das ist ein Geschenk. Wir werden auch gleich dieses Geschenk noch verwandeln. Peter sagt, ich habe das Gefühl, alles ist nur möglich, ich brauche nur Mut. Und ich sage mal, ist das nicht irgendwie unglaublich? Was habt ihr jetzt gemacht? Ihr habt irgendwie für einen kurzen Augenblick dieses Gedankengut da irgendwie losgelassen und euch etwas geöffnet, für einen leeren Raum. Ja, und es hat bei vielen von euch schon so eine, ja, Wirkung innerhalb von, ja, eine halbe Minute oder was haben wir das gemacht, ne? Gut. Dann lassen wir es noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte gerne, falls das alte wieder zurückgekehrt sein sollte, lässt es wieder gehen. Es darf auch gleich wieder zurückkommen. Und machst wieder diesen A-Blick, diesen Blick auf die Leere. Und lässt hochkommen, was so hochkommen möchte. Und nimmst das Gefühl wahr, ja, oder auch die Bildwelt oder was immer du auch siehst. Und jetzt möchte ich dich bitten, Folgendes zu tun, ja, dass du jetzt das Alte wieder dazukommen lässt und du gleichzeitig auch an das Neue denkst. Also der weite Raum, die Entspannung, ja, der Weg mit der Sonne oder was immer du da wahrnimmst, auf einer emotionalen oder auch einer visuellen Ebene. Du lässt einfach beides da sein. Das Problem sozusagen und das Neue. Ja, und du konzentrierst dich nur darauf, dass beides gleichzeitig da sein darf. Vielleicht geht es in deinem Kopf so ein bisschen pingpongmäßig hin und her. Dass du so zwischen beiden Sachen so hin und her schwingst. Und das ist okay. Das lässt sich einfach passieren. Das lässt sich einfach geschehen. Und probier es einfach mal aus, was dann passiert, ja. Und achte mal da drauf, was sich jetzt verändert, wenn du beides, dieses Zustand des Losgelassenhabens und dieser Problemzustand, wenn du es beides gleichzeitig wahrnimmst, wie sich da vielleicht was in deinem Inneren verändert. Und zwar von alleine, ohne dass du es erzwingst. Einfach, dass du es geschehen lässt, ja. Kannst du vielleicht auch mit dem Marblick machen, dass du jetzt so wirklich dich dafür öffnest. So, und jetzt schreibt mir mal rein, was passiert, wenn ihr das Neue und das Alte miteinander kombiniert. Und Katja sagt, als wenn das Leben in mir hin und her pendelt. Lass es mal pendeln, ja. Lass einfach mal geschehen. Und die Sabine fragt, muss das sein, wenn ich eine Situation verlassen möchte? Das ist nur ein Zwischenzustand. Weißt du, wir hängen an Dingen fest, weil die uns irgendwie was bedeuten, weil wir keine andere Alternative sehen, weil wir vielleicht immer noch hoffen, dass da was kommt. Und wenn wir das jetzt ganz wegschicken wollten, einfach so, ja, dann kann es sein, dass unser Inneres sagt, ey, warte mal, da war doch auch was Gutes drin, das will ich gar nicht verlieren hier. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man im ersten Schritt noch nicht den radikalen Schnitt macht und sagt, ich will das jetzt zu 100% loswerden oder wegmachen, sondern eher nur, dass du erst mal so eine Zwischenstufe hast, inspiriert zu sein von dem Neuen und dadurch vielleicht auch das Alte, irgendwie neuen Licht wahrzunehmen, ja, neuen emotionalen Zugang dazu zu bekommen. So, Berthe sagt, sie nimmt Wut wahr. Ist das denn ein gutes Gefühl, ja, gibt dir das Kraft oder ist da noch etwas, was du vielleicht tatsächlich nicht verarbeitet hast? Dann lass die Wut gehen, lass sie los, öffne dich für den Marblick und guck, was da an neuen Emotionen hochkommt und dann kannst du vielleicht nochmal die beiden Emotionen, ja, die alte Wut und das Neue irgendwie parallel wahrnehmen. Petra schreibt dir, das alte Gefühl verliert seine Kraft und übergibt diese Kraft an etwas Neues. Sabine sagt, mehr Ruhe, mehr Handlungsspielraum, enge Grenzen werden weit, ja, das ist doch schon großartig. Silvia sagt auch, das alte verliert an Kraft und Alita sagt, wenn ich weiß, dass ein Weg dahinter ist, wächst das Vertrauen und lass das da sein, dieses Vertrauen, ne, und nimm das Problem und nimm gleichzeitig das Vertrauen wahr, ja, und dass dann Weg ist. Gudun sagt, Ruhe, dann Liebe und dann Vertrauen in die Zukunft. Maya sagt dir, das Teufelchen kommt nach vorne und unterhält sich mit dem Kerzenlicht, Teufelchen verliert, verändert seine Farbe, wird heller. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Dann hat jemand anders auch etwas mit der Farbe, es ist eine gelbe Farbe, sich aufbaut. Sabine sagt, die Mischung fühlt sich chaotisch an, dann lass diese Mischung mal gehen, öffne dich wieder für eine neue Inspiration und dann, wenn du eine neue Inspiration hast, hol die chaotische Mischung heran und nimmst dir beide gleichzeitig wahr. Björn sagt, das Problem erscheint weniger bedrohlich, fühle mich dem besser gewachsen. Wie großartig ist das denn? Ich habe hier so ein bisschen Gedankenübungen gemacht und schon hast du so eine Inspiration. Normalerweise sagt, das ist wie eine Atmbewegung beim Einatmen, der weite Raum, beim Ausatmen das Enge, was sich zusammenzieht und das klingt noch so, als würdest du beides so hintereinander wahrnehmen, aber ich möchte dich einladen, mal beides gleichzeitig wahrzunehmen, die Enge und die Weite und dann guck mal, was dann passiert. Wie gesagt, mir wird total warm, ganz Heizungskosten sparen und Maja sagt, ja, ist dann nicht mehr so kräftig und bedrohlich. Okay, cool. Gisela, die glaube ich vorhin noch geschrieben hat, nee, das war jemand anders, glaube ich, doch, die Traurigkeit, glaube ich, da hattest du, glaube ich, geschrieben, Gisela, du spürst jetzt, du spürst jetzt Entspannung und Susanne hat eine Vorstellung bekommen, dass das Erbe irgendwie im Dezember ausgezahlt wird. Okay. So, wie geht es euch jetzt damit, dass ihr altes und für einen kurzen Augenblick losgelassen habt, das neue abkommen lassen und dann beides miteinander kombiniert hat? Ihr könnt ja gerne, ihr könnt ja gerne nochmal, jetzt, was immer auch da ist, einfach nochmal loslassen. Können wir das mal zusammen machen, lass es einfach los. Und spüre, was dann hochkommt. Oh, ich finde das immer so geil, diese Übung zu machen. Ich mache gerade selber mit. Das ist irgendwie, fühlt sich so saugut an. Dann holt nochmal das Alte zurück und nimmt beides gleichzeitig wahr. So, Heike schreibt, jetzt ist gut, total erstaunlich. Karin sagt, der bedrohende Mensch kommt lächelnd auf mich zu. Peter sagt, besser, mein Vertrauen in die Zukunft ist gewachsen. So, wie gesagt, es lädt dazu ein, das öfter zu machen. Maya sagt, genial, nehme nichts weg, füge hinzu. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. Da hast du genau eine ganz wichtige Quintessenz auf den Punkt gebracht. In der Arbeit mit dem Big Shift geht es darum, dass wir nicht irgendwas ausschließen, sondern dass wir Dinge mit einschließen. Heilung kommt von heile werden im Sinne von ganz werden. Und wenn wir unheil sind, dann sind wir oft in einem einseitigen Zustand. da haben wir ein Problem und wir sehen auch nur das Problem und fühlen uns deswegen auch beschissen. Und statt jetzt irgendwie dieses Problem wegmachen zu wollen, hier, das ist ja nervig, weg muss, verdrängen, wegprügeln, das Problem, ich will das nicht haben, geht es darum, dass wir uns für was Neues öffnen und dann das Neue mit dem Alten zusammenbringen, Synergetika, Synergie, was zusammenführen, ohne dass wir was erzwingen, ohne dass wir jetzt irgendwas auf der Fall kommen raus erreichen wollen und dann ergibt sich von ganz alleine ein Heilungsprozess und das ist ein ganz wichtiger Kern des Big Shift. Katja verspürt kindliche Freude und hier schreibt jemand, ich verstehe das mit der Farbe nicht, aber es fühlt sich nach kreativ an, statt klebrig hinderlich. Und das Interessante ist, dass unser Inneres eben oft nicht unbedingt mit Worten arbeitet, Worte kommen auch, sondern lieber mit Bildern und oft eben auch mit Farben, die stehen auch für eine bestimmte Form von Energie oder eben auch mit Emotionen. Und auf dieser Ebene haben wir ein anderes Verständnis von den Dingen und wenn wir, sage ich mal, an bestimmte Personen gedacht haben, bestimmte Situationen und dann so, sage ich mal, so ein emotionales Durcheinander erlebt haben und vielleicht wurde dann auch alles irgendwie so ein bisschen innerlich dunkler, dann kann eben die Lösung sein, einfach da nur Licht reinzubringen und das kann schon was verändern. Gisela sagt, Berührung, Freude, mein Hund freut sich. Okay, cool. Mayer sagt, gut, dass wir wieder daran erinnert werden, schließlich habe ich das ja so gelernt, denke du weißt, was ich meine. So, Anita sagt, das, was hinter der Mauer kommt, ist wunderschön, weiß nur nicht, was genau, da ich nur den Weg sehe und wofür dieser steht, weiß ich auch nicht. Das muss auch nicht sein. Es geht erstmal nur darum, dass du sozusagen vielleicht der alten Situation einen neuen Impuls gegeben hast und das öffnet dich vielleicht auch in den nächsten Tagen für weitere Ideen. Johannes sagt, vielleicht muss ich die Projekte doch nicht loslassen. Ja, vielleicht ist es ja eher so, dass du sagst, die Projekte mache ich aber nicht alle auf einmal. Vielleicht sagst, bringe ich mal eine Reihenfolge rein. So, Melanie sagt, das Alte wird luftig, fluffig und durchlässig wie bei einer Pusteblume, die man anpustet. Biggie fühlt sich besser und Maya freut sich über die Pusteblume. So, dann lasst euch zum Schluss nochmal bitte inspirieren, ob es einen ersten Schritt gibt, der jetzt euch in den Sinn kommt. Macht nochmal den Mabelig und guckt einfach mal als Inspiration, kommt da irgendwas, was ihr so als Impuls bekommt, was ihr jetzt als Allernächstes machen könnt. Was kommt so als erster Impuls, was ihr vielleicht jetzt konkret machen könnt? Manchmal kommt so ein Impuls, macht gar nichts, lasst es einfach los, war das geschehen. Gissel sagt, gut für mich sorgen und wie könntest du das zum Beispiel konkret machen? Bei Susanne war das Abwarten, das gegenüber meldet sie von alleine. Karin sagt, da kommt der Impuls meine Energie, meine negative Energie von diesen Menschen abzuziehen, ihn zu akzeptieren, das ist glaube ich eine sehr gute Sache und das geht auch in Richtung Verzeihen. Da sage ich gleich noch was dazu, da gehst du schon in so einen Verzeihensprozess rein. jemand schreibt, ich schlafe, ich habe eine Erkältung in Anmarsch, dann sagt der Körper hier, komm, Reißleine, du wirst jetzt mal ausgenockt und vielleicht kannst du dann in diesem Zustand geschehen lassen, dass da vielleicht innerlich eine Transformation stattfindet. Katja hat die Inspiration bekommen, den Blick hinter den Schleier von Schuldgefühlen aushalten und einladen. Das klingt gut. Ja, es scheint so zu sein, dass du dann so auf so einer emotionalen Ebene einen guten Zugang kriegst. Bei Bertha kommt der Impuls leider nur Rückzug, ja, dann nimm das an und nutze diese Technik vielleicht, um noch weiter loslassen zu können. Er hat gesagt, Verkrampfung lockern. Mal gesagt, werde mir ein Symbol aufs Puls stellen, das mich an die Übung erinnert, wenn das Teufelchen, sprich negative Gefühle und Gedanken wieder auftauchen. Und vielleicht kannst du das Teufelchen auch mal in den Arm nehmen oder ein bisschen liebevoll auch anschauen. Ja, vielleicht macht das Teufelchen auch nur seinen Job, würde gerne mal dafür respektiert werden. Vielleicht bist du da ja offen für. Gudrun sagt, hoffen, dass alles gut wird mit Gottes Unterstützung, wenn es denn so sein soll. Ja, ich denke, dass wenn du da merkst, dass da noch auch so ein Wunsch dahinter ist, dass du dir die Zeit nimmst, das wirklich, 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 wirklich immer wieder loszulassen und dich inspirieren zu lassen, was da Neues kommt. Und Biggie sagt, werde öfter den defokussierten Blick üben. Genau. Und Maya sagt, gute Idee, natürlich hat alles seine Berechnung. Danke. Sehr gerne. So, das war die Übung, die Kraft des Loslassens und ich fand es sehr beeindruckend, was sich da bei euch getan hat. Für den Fall, dass irgendjemand von euch jetzt merkt und inspiriert ist und merkt, ja Mensch, da würde ich gerne auch mehr mitmachen. oder wenn ihr zum Beispiel merkt, ihr hängt noch, sage ich mal, an einer Person dran und habt noch mit deren Hühnchen zu rupfen, fühlt euch verletzt, weil euch jemand schlecht behandelt hat und so weiter und so weiter, dann empfehle ich euch, Achtung, ich mache ein bisschen Werbung, meinen Workshop die Kunst zu verzeihen. Und aus meiner Sicht ist das Wesentliche dabei, ja, dass du diesen Prozess lernst, und einerseits aus dem, was schief gelaufen ist, wirklich für dich selber eine Quintessenz zu ziehen, was jetzt besser machen können, was jetzt anders machen können, was hast du selber dazu beigetragen, was hat der andere dazu beigetragen, aber wie kannst du das Neue wissen, was du da jetzt sozusagen durch diese Erfahrung ja gesammelt hast, in eine ganz andere Art und Weise für dein Leben verwenden, um dann im nächsten Schritt weiter loszulassen. Und da zeige ich dir ein paar Übungen, die noch über das hinausgehen, was wir heute jetzt einfach mal so ansatzweise gemacht haben. Das war eine sehr kurze Übung. Dieser Prozess selbst, die Kunst zu verzeihen, ist wesentlich länger und auch wesentlich intensiver. Also wir gehen da viel, viel tiefer noch in die Sachen rein. Und da zeige ich dir, wie du also wirklich auch schwerwiegende Sachen viel, viel leichter loslassen kannst. Und die Zielsetzung in diesem Workshop, den ich aus meiner persönlichen Sicht so ungemein wichtig finde, weil ich glaube, die Fähigkeit verzauern zu können, ist eine der Kernfähigkeiten, die wir einfach brauchen, weil das Leben wird uns immer wieder mal mit Situationen konfrontieren, die uns wirklich herausfordern. Und wenn wir dann nicht in der Lage sind, irgendwie mit diesen schwierigen Erfahrungen gut umgehen zu können, dann bleiben wir irgendwie so in so einer Falle hängen. Ja, und was du da in diesem Workshop lernst, ist letztendlich, dass du zum Beispiel Ärger nutzt, um das als gute Kraft in dein Leben zu bringen. Dass du Schuldgefühle nutzt, um durch sie einen inneren Frieden zu finden. Dass du Schamgefühle, ja, ich bin nicht gut genug, dass du dich schlecht fühlst wegen dir selbst, dass du die in Selbstliebe verändern kannst. dass du Verstrickungen mit Leuten, ja, wo du merkst irgendwie, ach, ich komme nicht irgendwie von dem los, ich muss immer wieder an den denken oder ich muss immer an sie denken, ja, und ich werde dann irgendwie sauer, aber auf der anderen Seite liebe ich sie ja noch und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also wenn du diese Art von Verstrickungen hast, die kannst du wirklich durch Verzeihen lösen, ja, dass du in Freiheit kommst. Ja, es gibt keine Garantie, wenn man verzeiht, dass dann die Beziehung wieder funktionieren wird. Manchmal ist es tatsächlich so, dass eine Beziehung einen bestimmten Lauf gehabt hat und dann ist sie auch vorbei, aber dann kannst du das viel, viel leichter loslassen, ja, und auch wirklich in deine Freiheit kommen. Und ein weiteres Problem, das oft mit Unverzeihen einhergeht, ist einfach die Gefahr, dass man auch dabei vereinsamt. Nicht nur, sage ich mal, dass man sich in seine Bude zurückzieht, sondern auch, selbst wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, dass man einfach distanzierter wird und sich nicht mehr richtig auf andere Menschen einlassen kann und das kannst du eben damit auch auflösen, dass du die Einsamkeitsgefühle in Nähe und Miteinander verwandeln kannst. Und nach, last but not least, ist verzeihend der beste Weg, um alle negativen Lebensumstände, die du hast, in deinem Leben voller Freude zu verändern. Ja, dass du lockerer wirst, leichter wirst, entspannter wirst, dass du mehr Spaß mit deinen Dingen hast, ja, und dass du auch neue Chancen und Möglichkeiten entdeckst. Und diese Übung heute, glaube ich, hat jetzt auch so ein bisschen gezeigt, ja, was passiert, wenn man wirklich anfangen kann, loszulassen. Falls dich das interessiert, hier ist der Link zu dem Workshop. Bigshift.live slash verzeihen, kannst du einfach eingeben, da kommst du hin. Der Workshop geht von 10 bis 16 Uhr. Es wird eine Aufzeichnung geben, Audio, Video, es gibt ein Handbuch dazu und es gibt eine Betreuung noch weiterhin im Forum, wo ich für dich da bin, ja, über sechs Monate hinweg. Das ist das Besondere daran. Das heißt, du kannst diesen Prozess, selbst wenn du jetzt, sage ich mal, nicht so Vorzeit hast, dir holen, kannst den in Ruhe machen und wann immer du eine Frage zu diesem Prozess hast, kannst du dich einfach im Forum melden und ich helfe dir dann bei weiter. Weil ich glaube, dass die Fähigkeit, verzeihen zu können, ist einfach eines der wichtigsten Gaben, die man braucht, um wirklich mit dieser großartigen Veranstaltung leben, auch in den manchmal etwas dunkleren Phasen gut zurechtkommen zu können. Das ist ja auch. Und jetzt ist das,